Facility Management Mathilde Straff, da ist der Daniel Hausmeister. Ach du bist Gertrud. Und, hi, wie, Gute? Ach, dein PC, der Große, gell? Ja und? Ja, da muss man mal durchputzen. Machst du doch so gern. Ja, jetzt warte mal, du sagst gerade, er ist so langsam. Also da gibt es eine Möglichkeit, ich kann die Karte, die da zuständig ist, ein bisschen aufbohren. Dann wird es schneller. Ja, gut. Also, ja, mach ich. Ja, und alle Kontakte müssen ja ganz sauber sein, sonst geht ja gar nichts. Ja, kann ich machen. Kann ich machen. Aber ein bisschen Zeit mussten wir schon geben. Ja, gut, dann hole ich mir den ab. Und dann gucken wir mal. Also, macht's gut. Ja, liebe Leute, man hat so sein Geschäft und sein Sach. Das wäre jetzt. Da ist schon mal zweite. Da ist also der Gertrud Ihren Computer. Und der ist irgendwie kaputt und er läuft nicht. Jetzt hab ich ihn ausgerannt. Aber jetzt ist noch so viel Träck da drin, dass ich sagen muss, das geht ja gar nicht. Und deshalb wird er jetzt mal sauber gemacht. So, jetzt geht's ans Aufbohren. Der richtige Bohrer ist natürlich so einer. Und dann mit ins Herz. Da, wo es am besten geht. Sehr gut. Jetzt ist es aber schnell genug, oder? Hokus pokus filibus. Dreimal schnellere Daten. Das ist auch gut für die Kontakte alle. Und die Kontakte, bevor die nichts denken. Schneiß einfach ab. Ach, hast du den Weg getan. Der arme Kerl. Der arme Kerl. humanos. Und zwar hörst du dich. Ab. passionate. Tod ist wirklichちょi scheiste.